Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir Matura-Aufgaben bearbeiten, damit du das Gelernte üben kannst. Du solltest bereits wissen, wie man relative Häufigkeiten bestimmt und wie man relative Anteile berechnet. Außerdem werden wir mit der Vierfelder-Tafel arbeiten und Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten schätzen. Diese beiden Inhalte sind zwar nicht in den Videos explizit vorgekommen, aber es gibt eigene Videos dazu zu den Arbeitsblättern Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume sowie Baumdiagramme und Wahrscheinlichkeiten von meinem Kollegen Jan und mir. Unser Ziel für dieses Video wird sein, das Gelernte auf die Probe zu stellen und mit SADP-Aufgaben zu üben, damit du mit dem Prüfungsformat besser vertraut wirst. Beim ersten Beispiel mit der Nummer 1-704 aus dem Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, das heißt Freizeitverhalten von Jugendlichen, geht es um folgendes. Es wurden 400 Jugendliche zu ihrem Freizeitverhalten befragt. Von allen Befragten gaben 330 an, Mitglied in einem Sportverein zu sein. 146 gaben an, ein Instrument zu spielen und 98 gaben an, sowohl Mitglied in einem Sportverein zu sein, als auch ein Instrument zu spielen. Das Ergebnis dieser Befragung ist in der nachstehenden Tabelle eingetragen. Wir sehen also hier diese Vierfelder-Tafel. Die Aufgabe ist nun, geben Sie die relative Häufigkeit klein h der befragten Jugendlichen an, die weder Mitglied in einem Sportverein sind, noch ein Instrument spielen. Ich bitte dich, das Video kurz zu pausieren und zunächst zu versuchen, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir danach gemeinsam. Ich hoffe, du hast deine Lösungen notiert. Wir schauen uns jetzt kurz an, wie die Werte in der Tabelle zustande kommen. Ich habe jetzt hier die Tabelle nochmal einzeln eingeblendet und wir werden jetzt diese vervollständigen. Zunächst einmal schauen wir in die erste Zeile. Wir wissen, dass die 330 die Summe aller Jugendlichen sind, die in einem Sportverein sind. Nämlich zusammengesetzt aus jener, die auch ein Instrument spielen oder kein Instrument spielen. Die Anzahl jener, die ein Instrument spielen, haben wir gegeben. Wenn wir jetzt also die Gesamtsumme nehmen und davon die Anzahl jener, die ein Instrument spielen, abziehen, dann erhalten wir als Ergebnis die Differenz. Jene, die kein Instrument spielen. Das sind hier 232. Dasselbe können wir auch gleich in der untersten Zeile machen. Hier haben wir in Summe die 400 Jugendlichen und wir wissen auch, in Summe spielen 146 Jugendliche ein Instrument. Wir ziehen von den 400 die 146 ab und erhalten 254, die kein Instrument spielen. Nun machen wir dasselbe, nur in der Spalte. Wir sehen hier, 254 Jugendliche spielen insgesamt kein Instrument. Davon sind 232 auch in einem Sportverein. Diese ziehen wir von den 254 ab und erhalten 22, die kein Instrument spielen und auch kein Mitglied in einem Sportverein sind. Zur Erinnerung, das ist auch der Wert, den wir brauchen, um die Aufgabe zu lösen. Denn die Eigenschaften sind erfüllt. Wir haben also bis jetzt schon mal herausgefunden, es gibt 22 Jugendliche, die weder Mitglieder in einem Sportverein sind, noch ein Instrument spielen. Der Vollständigkeit habe ich die beiden anderen Werte der Tabelle auch noch ergänzt, auch wenn wir diese nicht für die weitere Bearbeitung der Aufgabe brauchen. Die 22 Jugendlichen sind die absolute Häufigkeit jener, die diese Eigenschaft erfüllen. Um die relative Häufigkeit zu bestimmen, erinnern wir uns an die Formel. Klein h i ist gleich Groß h i geteilt durch n, also die absolute Häufigkeit geteilt durch die Anzahl aller Werte. Die absolute Häufigkeit ist in diesem Fall 22 für die 22 Jugendlichen und n ist in diesem Fall 400, also für die Anzahl aller Jugendlichen. Das bedeutet, unser klein h ist gleich 22 geteilt durch 400, das Bruch also 22 vierhundertstel, das Dezimalzahl ergibt das 0,055 und das Prozentsatz 5,5%. Und damit sind wir auch schon fertig. Die zweite Aufgabe mit der Nummer 1 unterstrich 707 ist ebenfalls aus dem Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik und heißt Häufigkeit von Nebenwirkungen. Wir sehen hier gleich eine Häufigkeitstabelle, wie sie auch in Medikamentverpackungen zu finden ist. In der Angabe steht nämlich, eine bestimmte Nebenwirkung ist im Beipackzettel eines Medikaments mit der Häufigkeitsangabe selten kategorisiert. Es werden 50.000 Personen unabhängig voneinander mit diesem Medikament behandelt. Bei einer gewissen Anzahl dieser Personen tritt diese Nebenwirkung auf. Verwenden Sie die obigen Häufigkeitsangaben als Wahrscheinlichkeiten und bestimmen Sie unter dieser Voraussetzung, wie groß die erwartete Anzahl an von dieser Nebenwirkung betroffenen Personen mindestens ist. Ich bitte dich auch hier, wieder das Video kurz zu pausieren und zunächst zu versuchen, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir wieder danach gemeinsam. Ich hoffe, du hast da deine Lösungen notiert. Zunächst einmal schauen wir uns die erste Zeile in der Angabe an. Hier steht nämlich, die Häufigkeitsangabe selten. Das ist die, die relevant ist. Das heißt, uns interessiert nur diese Zeile in der Tabelle. Alles andere werden wir jetzt ausblenden, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Weiters steht da, dass wir die Häufigkeitsangaben als Wahrscheinlichkeiten verwenden sollen. Schauen wir uns mal an, welche Art von Häufigkeit hier überhaupt gegeben ist. Hier steht, selten ist eine Nebenwirkung dann, wenn sie bei 1 bis 10 Behandelten von 10.000 auftritt. Das heißt, wir haben hier relative Häufigkeiten. Noch mal zur Erinnerung. Hier haben wir die Formel eingeblendet. In diesem Fall sehen wir, dass die absolute Häufigkeit die 1 bis 10 Personen sind, von der Anzahl aller Werte 10.000 Personen als Richtwert. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier unten steht, wir sollen bestimmen, wie groß die Anzahl mindestens ist. Das heißt, wir gehen jetzt hier vom kleinsten Wert aus und nehmen daher eine von 10.000 Personen. Wenn wir das in die Formel einsetzen, dann erhalten wir unser klein h, 1 geteilt durch 10.000, also ein Zehntausendstel. Das Dezimalzahl ergibt das 0,0001 und das Prozentsatz 0,01%. Jetzt schauen wir weiter. Hier steht, 50.000 Personen werden unabhängig voneinander behandelt. Wenn wir jetzt herausfinden möchten, wie groß der relative Anteil dieser Personen ist, wenn wir das als Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen zugrunde legen, dann multiplizieren wir einfach die 50.000 Personen mit der relativen Häufigkeit, damit wir den relativen Anteil herausbekommen. Das heißt, wir rechnen 0,0001 mal 50.000 und erhalten das Ergebnis 5. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Vielleicht sehen wir uns in einer anderen Videoreihe.